Na was geht ab alle SlimeBH? Willkommen zu Nier Automata, heute mit dem Ende X. Wie ihr seht, wir sind in Kapitel 1106 und das sind jetzt gerade die letzten Momente von Tubi. In dem Kapitel waren wir nämlich schon mal für Ende Q, R, irgendwie so die 3. Wie gesagt die Playlist dazu ist rechts oben nochmal verlinkt. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Ende, aber wie gesagt die Stelle ist halt mit die nervigste, würde ich jetzt sagen, weil man kann die Rennen nicht springen, gar nicht. Ich habe jetzt gefühlt 10 Minuten gewartet bis ich mal auf die scheiß drei Häuser gekommen. Ich war jetzt gerade auf dem Weg Richtung Wüsteneingang, wo Emil rumcruised. Jetzt sind wir bei 90% und by the way in dem in dem Kapitel, wo wir hier schon mal waren, wo wir in der Kanalisation gewartet haben, umso weiter ihr kommt, also sprich hierhin, umso schneller geht auch der Balken. also müsste gar nicht so lange warten. So, jetzt müssen wir gucken. Geht mir gerade auf den Sack. Wir können eh nichts machen, also von daher. Wir überspringen. Jetzt haben wir E2 und unser Ziel ist einfach abzahlen. Das war's dann auch schon mit dem Ende. Ende X. Dreier haben wir jetzt noch. Y, Z und E. Time to relax. Und dann haben wir es eigentlich schon. Dann würden mir jetzt bloß noch vier Sachen einfallen, die wir machen könnten, jetzt neben den drei Enden, die fehlen. Das wären zum Beispiel die Kolosseen. Dazu will ich jeweils noch ein Video machen. Das wird aber denke ich mal kein Achievement Guide, weil ich glaube nicht, dass wir da für Achievements kriegen. Ich denke mal eher das ist für Klamotten. Aber lassen wir uns überraschen. Und dann gibt es noch ein Achievement. Zehnmal sammeln in einem versteckten Bereich oder irgendwie so heißt das. Ich werde das hier mal einblenden, wie das heißt. Und da schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Was wir als nächstes zocken. Oder ob danach vielleicht noch ein Nie-Automate-Video kommt. Das weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich denke mal, wir werden vielleicht dann nochmal so ein Abschlussvideo machen, wo wir so ein bisschen im Hintergrund rumsteppen. Wollen wir dann ein bisschen drüber babbeln. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Schaut gerne bei meinen SocialMeters vorbei. Insta, TikTok Threads, Daily Content. Schaut gerne rechts oben in der Playlist vorbei. Von Nie-Automate, Platyspell und so weiter und so fort. Achievement Guides. Wie ihr schnell Geld und XP farmt. Alle enden. Und würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.